Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Alterskategorie Schüler, Jugend und Junioren stritten am letzten Juni-Tag in der Bogensportanlage Weißensee um die begehrten Landesmeistertitel im Bogenschießen von 10, 25, 40, 60 und 70 Metern. Dadurch, dass es ziemlich windig war heute, sind nicht so viele Leute zufrieden mit dem Ergebnis und die Stimmung ist eigentlich noch ganz cool. Ich finde, das ist eine sehr entspannte Atmosphäre hier. Es macht sehr Spaß hier zu schießen. Was es extra motivierend, aber natürlich auch anstrengender macht, ist die Möglichkeit für die Gewinnerpunkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gewinnen zu können. So wie hier zu sehen bei Tobias Weinhardt. Er hat es nämlich geschafft. Er hat gut getroffen und kann so gewissermaßen extra Punkten. Ich habe 60 Meter Responsignal gemacht. Ja, es fühlt sich gut an. Es gibt natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber es ist ja immer so. Die ganze Ergebnisliste der Veranstaltungen wie gewohnt auf Bogensport Berlin. Eine wäre hier sicherlich auch ganz gern dabei gewesen. Claire Reisenweber vom Bogensportclub BB Berlin. Aber sie hatte an diesem Wochenende Wichtigeres zu tun. Sie war nämlich bei den Bogen-Europameisterschaften im griechischen Patras und sie hat dort gewonnen. Und damit dem deutschen Team. Gratulation an dieser Stelle. Den sechsten und damit letzten noch freien Startplatz für die Youth Olympic Games in Buenos Aires gesichert. Also herzlichen Glückwunsch. Toller Erfolg für die junge Dame vom Bogensportclub BB Berlin für Claire Reisenweber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.